hey Freunde was geht ab Leute 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 heute spielen wir Minecraft und Leute heute werden wir Häuser bewerten ich habe mir ein bisschen harte Mühe gegeben also spreng lieber ein Daumen nach oben und jetzt gehen wir in die erste Runde ok wie man sieht hat man hier einfach nur sowas ok dafür gebe ich nur einen Punkt das ist die Holzhaus mhm was hast du noch? ah hier habe ich sogar Melonen kann ich sie essen? ne kann ich nicht die kann man auch schlafen und hier ist nur eine Kiste und zwei Betten mhm die ignorieren wir ok hier haben wir oh ein Potion was haben wir jetzt mhm keine Ahnung dass wir schnell laufen kann cool also wird das video schneller gehen ich habe das ganze Zeit ich habe das ganze Zeitung Warte mal! Ach egal! Nein! Okay! Was haben wir hier drin? Gar nichts! Oh! Hm, geil! Micro! In sowas! Okay! Und hier ist auch noch ein Pool! Und jetzt gehen wir in das letzte Haus! Hier ist es viel schöner eingerichtet! Hier haben wir Potions! Leute! Es tut mir gerade leid! Es kommt hier gerade Werbung! Jo! Leute! Es tut mir gerade leid! Hier ist gerade Werbung! In dieses Spiel! Hier haben wir meine Blumen! Oh! Schön! Den Pool! Nicht vergessen! Der Pool ist cool! Und Leute! Hier haben wir ein kleines Haustier! Ja! Ja! Er ist da drin! Da steht Quallen! Ja! Und das letzte! Einfach nur ein Portal! Ein Animal Portal! Aber springt einen Daumen herum! Okay! 3, 2, 1 und go! Wow! Wow! Sieht krass aus! Und wieder zurück! Okay! Okay Leute! Wenn das Video euch gefallen hat! Springt einen Daumen nach oben! Wir sehen uns wieder! Das war nur kurz! Und... Bye Leute! 2, 1 und go!